19-jähriger österreichischer Staatsbürger wurde heute in den Morgenstunden in Ternitz festgenommen. Eine weitere Festnahme in diesem Zusammenhang erfolgte heute in den Nachmittagsstunden in Wien. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand haben sich die Beschuldigten im Internet radikalisiert. Der 19-jährige niederösterreichische Staatsangehörige, Staatsbürger, hat Anfang Juli einen treuen Schwur auf den aktuellen Anführer des IS geleistet.